Das sind 3, 6. Wunderbar. Machen wir noch eins. Sogegeben, sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Ah, Logan. Was denkst du denn du? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Da sind Schlaglöcher, passt also auf! Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Überall wütend Feuer. Wir müssen die Brandstifte enttarnen, bevor es zu spät ist. Hier. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ja, dann sag mir doch mal, wo sie sind. Wenigstens ein bisschen und nicht nach vorne. Das Hafengebäude. Ich weiß doch auch, dass die hier in Ditchwater sind. Und vor allen Dingen, wie sehen die aus? Da! Da ist doch mal ein Junge drin! Und da ist doch so fähig! Was? Ich weiß nicht, wie viel mir das war. Was? 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 die flammen wurden gelöscht zwei haben wir nur einen versuch was wird sie befinden uns in bester gesellschaft ein Da sind Schlaglöcher, pass also auf! Ja, war wohl, äh, wieder zu kurz, ne? Oh, Alter! Es gibt Himmel! Der besondere Besuch ist jetzt auch weg. Und das, das meine ich, muss das jetzt kommen? Du hast hier zwei Minuten Zeit, um die Brandstifte zu suchen. Nein, da kommt ein besonderer Besuch! Souveräne Hilfe. Ist mir, ist mir gleich... Gleich macht's knack und dann... Ich hab da schon leicht vom Stapel gelaufen. Fehlende Waren. Schiff unter Beschuss. Ein neuer Auftrag. Was sich unter Deck befindet, ist meine. Berufsrisiko. So, wie war das jetzt? Die haben kein Watt. Das Weizen ist voll, aber... Die Flammen wurden gelöscht. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaisers. Meine Wammerträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Das müsste der hier sein, oder? ? Mann! 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 Mann. Mann! Mann. Mann. Mann! Vielen Dank. So, du hast dann wieder jetzt hier die Straße. Ja, also eigentlich sollte das Spiel mich beruhigen, aber... Wieso haben wir denn schon wieder... Irgendwas stimmt doch hier nicht. Es hat doch die ganze Zeit... Wie viele Folgen ist das so gebaut? Seit 10 Folgen? Seit 10 Folgen ist es so gebaut. Und wo ist jetzt unser Mehl hin? Wo ist unser Stoff auf einmal hin? Es hat sich doch an den Produktionsstätten und den Einwohnern nichts geändert. Das verstehe ich nicht. Und das... 1300. Vor drei Minuten standen da noch 8000, die ich plus mache. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Oh, wir sind aber, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, schon wieder 6 Minuten drüber. Oh nein! Gut, hier haben wir noch drei Dinge gebaut. Gut, gut, gut. Aber wir brauchen halt trotzdem... Leute, das da bitte, meine neue Glücksinsel... Ach, geh mir nicht auf den Piss! Alter, ist mir doch scheißegal, welche Kack-Insel du besiedelst! Ach, ich werde jetzt... 2 Stunden Anno und schon werde ich hier aggro. Sogar bei Anno, das kann doch nicht wahr sein. Aber wir haben auch schon 4.13 Uhr, also... 4.13 Uhr nachts, nicht 16 Uhr. Vielleicht ist es einfach die Müdigkeit. Und dass wir halt schon 3 Stunden Anno spielen. Ich schiebe es einfach mal da drauf. So unverfrorene Weise. Wo sind denn die anderen Schiffe? Die stehen da. Warum stehen die hier? Warum stehen die hier? Hier hoch. Auf! 7 lignende Schiffe haben wir und 4 Freakappen. Ich würde aber trotzdem gern wenigstens die 10 Linienschiffe haben. Schiff vom Stapel gelaufen. Aber ich weiß ja jetzt... Ich weiß ja jetzt nicht, was jetzt hier so... ...mega viel produziert wird. Skopal屋 fliege。 Schiff vom T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Achtung, versteht ihr? Ich weiß nicht, was jetzt hier so produziert wird, wo meine Ressourcen hängen sind. Ich weiß nicht, was jetzt hier so ist, was jetzt hier so ist, was jetzt hier so ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier so ist, was jetzt hier so ist, was jetzt hier so ist. Auf die alte Dame ist Verlass. So, wo war's denn jetzt mit unseren... So, wo war's denn? 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 So... Spannungsgeladene Spielstand gespeichert. Jetzt langs mir! Uns fehlen Waren. Die kriegste gleich, Madame. So, welche müssen wir denn noch, das ist voll ausgebaut, das ist voll ausgebaut, voll ausgebaut. Ach, jetzt fehlen wir wieder 30 Holz, wie ist es mich veräppeln? Schiff unter Beschuss. Erwarten neue Horizonte. Ein Schiff erster Klasse. Fregatte beginnt Geleitschutz. Ja, ich bitte darum. Die Waffenruhe wurde beendet. Schiff vom Stapel gelaufen. 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 Ich müsste doch jetzt vorwärts gehen mit Stoff. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Habe ich schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ist ja was, dann machen wir jetzt nochmal 15 Minuten, weil ich glaube, ich spiele schon 5 Minuten. Und ansonsten wird es eine super lange Folge. So, jetzt müsste doch hier, ja, 5, jawollo. Segel sind auch 3 Stück, ok. So, jetzt geht's. Spielstand gespeichert. Und, 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 ja, 13 Stoff, jetzt geht's vorwärts. 36 Tonnen erst. Und, und, ja, 13 Stoff.